Willkommen zur Künftiger Krypto Rentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, was du bei den Steuererklärungen beachten musst und vor allem bis wann du sie abgeben musst. Viel Spaß beim Schauen. Normalerweise wäre es wieder soweit und du müsstest deine Steuererklärung abgeben. Denn normalerweise hast du bis zum 31. Juli des Folgejahres Zeit die Steuererklärung abzugeben. Doch dieses Jahr gibt es eine neue Frist und zwar hast du bis zum 31. Oktober 22 Zeit das Ganze abzugeben. Oder falls du einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerverein hier beauftragst, dann haben die bis zum 31. August 23 Zeit. Schade, dass hier zwischen Otto Normalbürger und eben hier den Steuerberatern unterschieden wird. Schön wäre es, wenn beide die gleichen Fristen hätten. Es ist aber leider so, wie es ist. Wenn du das Ganze verschläfst und du steuerpflichtig bist, dann kann es sein, dass du einen Zuschlag, Zwangsgeld oder eben hier Steuerschätzungen hinnehmen musst. Deswegen, falls du steuerpflichtig bist, das findest du immer ganz einfach über Google, dann wäre es sinnvoll, wenn du hier rechtzeitig deine Steuererklärung abgibst. Damit dir das Ganze einfacher fällt, möchte ich dir hier heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Die Tipps, das sind hauptsächlich Seiten, mit denen ich das Ganze immer sehr gerne gemacht habe, weil es dann natürlich einem einfacher fällt. Denn ich für mich habe ehrlich gesagt nicht viel mit Steuern zu tun gehabt und deswegen war ich froh, dass ich hier diese Seiten gefunden habe. Gleich vorneweg, das Ganze ist weder eine Steuerberatung noch sonst irgendwas. Du musst hier wirklich für dich schauen, dass du hier alles richtig machst, damit dich hier keiner irgendwie verfolgt. Ansonsten kommen wir jetzt zu meinen vier Seiten, die ich dir hier empfehlen möchte. Die vier Seiten sind alle erst einmal von der Anmeldung bis zur Nutzung kostenlos. Bei den zwei Steuertools für Kryptos kommt es darauf an, wie viel du nutzt und musst dann eventuell ein Paket dazu kaufen. Bei den anderen zwei Steuertools ist es so, dass du hier ganz einfach erst am Ende, wenn du sagst, ich möchte das abgeben, auch nur diesen Betrag zahlen musst. Dazu kommen wir aber gleich. Die erste Seite, die kennst du, das ist mein Favorit und zwar Cointracking. Warum? Hier kannst du nicht nur deine Kryptos einfach nachverfolgen und überprüfen. Nein, du kannst auch hier einen Steuerreport erstellen, sodass du weißt, wie viel habe ich denn jetzt hier eingenommen, ausgegeben, verdient, Gewinn und Verlust gemacht. Und das kannst du dann viel einfacher bei deiner Steuererklärung hier eben abgeben. Falls du hier den Link in meiner Videobeschreibung nutzt, dann erhältst du hier zum Beispiel 10% Rabatt und unterstützt mich. Auch bei Accounting gibt es eine ähnliche Aktion. Auch hier bekommst du einen Rabatt und ich eine kleine Provision und auch hier bekommst du einen Steuerbericht, sodass du weißt, wie viel Plus oder Minus du mit deinen Kryptos gemacht hast. Jetzt von den Kryptos weg, denn Steuern sind natürlich noch viel mehr. Ich habe sehr lange Zeit nämlich das Tool benutzt und zwar nennt es sich Taxfix. Das gibt es als App, das kannst du aber auch im Browser machen und hier kannst du sehr einfach deine Steuererklärung erstellen und dann auch gleich digital versenden. Das Ganze funktioniert nach dem System Schritt für Schritt. Die Anmeldung ist erst einmal kostenlos und erst wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich bekomme zum Beispiel Betrag X zurück und möchte das wirklich absenden, dann entstehen hier für dich Kosten. Hier entstehen einmalig für dich 40 Euro als Kosten, was natürlich vertretbar ist. Du kannst aber natürlich alle entstandenen Kosten, also für Taxfix, aber natürlich auch für Cointracking, Accounting und Co. dann nächstes Jahr wieder bei der Steuererklärung absetzen, denn das waren ja die Kosten zur Erstellung der Steuererklärung. Wichtig ist also jetzt hier zu beachten, selbst wenn du vielleicht nicht steuerpflichtig bist, weil du zum Beispiel ledig bist, überhaupt gar keine Nebeneinkünfte und Co. hast, auch dann kann es sich lohnen für dich umzusteigen. Denn laut Smartsteuer hast du hier die Möglichkeit durchschnittlich über 1000 Euro erstattet zu bekommen. Das hängt natürlich von dir ab, wie viel verdienst du, was gibst du aus und und und. Aber dieser Durchschnitt ist natürlich schon mal sehr schön und kann sich sehen lassen. Deswegen, wenn du sagst, ich probiere das Ganze erst einmal kostenlos aus, du hast also hier wirklich nichts zu verlieren und kannst eventuell wirklich bares Geld zurückbekommen. Ich bin dann von Taxfix oder Taxfix irgendwann mal zu Smartsteuer gewechselt, denn ich habe zufällig auf YouTube den Kanal von Smartsteuer gefunden. Und weil mir das so gut gefallen hat, wie die das Ganze erklären und auch in ihrem Programm zeigen, habe ich gesagt, gut, ich probiere das Ganze mal aus. Ich habe dann eben Taxfix und Smartsteuer mal befüllt und hatte dann bei Smartsteuer den höheren Betrag. Ich habe hier Smartsteuer vertraut und habe das Ganze dann einfach mal über Smartsteuer abgegeben. Das Ganze kommt auch immer plus minus 50 Euro hin. Du bekommst ab und zu mal etwas nicht direkt anerkannt. Entweder du kannst dann hier nochmal nachfragen oder du lässt das Ganze einfach sein und sagst, okay, das Ganze hat sich jetzt um 50 Euro verändert. Damit kann ich leben. Auch hier beim Preis sehr fair, denn du zahlst sogar hier nur 35 Euro und du hast hier fünf Abgaben für dich, deine Familie und Freunde. Deswegen, da musst du einfach mal schauen und vergleichen. Vor allem hast du hier den Luxus, dass es beides wirklich bis zur Abgabe kostenlos und erst wenn du das Ganze abgeben möchtest, dann musst du eben hier diese Gebühr bezahlen. Meine Empfehlung also, probiere dich durch, klick dich einfach mal durch und schau, was für dich herauskommt. Es kann natürlich sein, dass wenn du steuerpflichtig bist, du hier Steuern nachzahlen musst, dann ist das Ganze leider so. Da kommst du nicht drum rum, das musst du auch tun, denn sonst kannst du hier irgendwie strafrechtlich verfolgt werden. Wenn du aber hier nicht steuerpflichtig bist, dann kannst du das Ganze einfach liegen lassen und dann ist es einfach so und du hast es einfach mal ausprobiert. Falls du hier Probleme hast oder ähnliches, hast du auch hier den kostenlosen Support und wie gesagt einen sehr tollen und schönen YouTube-Kanal, wo du wirklich alles Schritt für Schritt erklärt bekommst. Ganz wichtig, weder Taxfix noch Smartsteuer haben mich hier irgendwie bezahlt. Auch Coinfreaking und Accounting haben mir hier kein Geld für gegeben, das ist also im Endeffekt keine Werbung. Nur wenn du dich hier über einen oder anderen Link anmelden würdest, dann würde ich hier eine kleine Provision bekommen. Das Ganze ist aber, finde ich, sehr fair und aus Transparenzgründen möchte ich das Ganze auch nochmal hier erwähnen. Ich hoffe, ich kann dir hier mit diesen Tools helfen. Falls du mehr solcher hilfreicher Tools und Webseiten sehen möchtest, dann kannst du mir das gerne einmal in den Kommentaren da lassen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like und falls dir was nicht gefallen hat über konstruktive Kritik. Und dann sehen wir uns natürlich spätestens morgen zum nächsten Video, zukünftiger Krypto-Rentner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I will never be there